Perfektion hat eine neue Form. Fall in love with the new Audi A7. Ganz ganz herzlich willkommen zur Weltpremiere des neuen A7 hier in unserem ganz neuen und wunderbaren Designgebäude. Form follows Function beim A7 mehr denn je. Das Auto vereint wirklich wahre Ästhetik mit einem großen Maß an Funktionalität. In puncto Digitalisierung, Raumkonzept, Fahrdynamik setzt dieses Fahrzeug neue Maßstäbe im Segment. Design, Dynamik und ein geniales Raumkonzept, also ein echter Grand Tourisme. Meine Damen und Herren, dieses Auto ist das dynamische sportliche Gesicht der Oberklasse von Audi. Diesen Charakter unterstützt natürlich ein Single Frame, der so tief ist wie noch nie ein Single Frame war und extrem breit. Das wird unterstützt durch extrem schlanke Scheinwerfer und ich bin besonders stolz auf das neue Tagfahrlicht, das die Digitalisierung sichtbar macht und gerade die Animation ist fantastisch. Wir haben Riesenräder, einen großen Radstand, kurze Überhänge. Dann haben wir hier ein fantastisches Dach, das extrem flach ist und wir dabei null Kopffreiheit einschränken. Ich finde es grandios in der Proportionsauto ist für mich von der Seite perfekt. Aber mein Lieblingsdetail ist das Heck. Dieses Leuchtenband in Kombination mit den vertikalen Segmenten, die die Front wiederholen, ist für mich so dermaßen progressiv und einzigartig. Das wird so dominant sein auf den Straßen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr geehrte Damen und Herren, begrüßen Sie den Vorsitzenden des Vorstandes der Audi AG, Rupert Stadler. 2014 haben wir mit dem Prolog, glaube ich, wirklich ein Versprechen abgegeben. Und diese Studie kündigte für uns alle eine wirklich neue Designsprache an. Und jetzt lösen wir eben dieses Versprechen für Sie alle ein. Und in den letzten Wochen und Monaten haben wir dann weitere, vier bis fünf weitere Elektroautos on top zum bisherigen Programm entschieden. Und so haben wir in Richtung 2025 über 20 voll- oder teilelektrische Fahrzeuge in unserem Produktprogramm. Wir stellen uns in allen Segmenten und natürlich auch in allen wesentlichen Konzepten zukunftsfähig auf. Und 2025 wird dann auch sicherlich unser Ziel erfüllt, dass wir führende SUV-Marke sind. Denn jeder zweite Audi wird dann ein SUV oder ein CUV sein. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie bei dieser ersten Geburtsstunde heute gemeinsam mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen viele gute Gespräche. Wir sehen uns sicherlich und gehen Sie mit guten Gedanken nach Hause. Dankeschön. Applaus 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 Applaus